Hallo meine lieben Vagegeborenen, hier nun eure Eigenschaften. Am 24. September bis zum 23. Oktober 2017 wechselte das Tierkreiszeichen in die Vage. Die im Sternzeichen der Vage Geborenen haben die positiven Eigenschaften. Scharm, Fleiß, Ehrgeiz, Anmut, Liebenswürdigkeit, Gerechtigkeit und Bescheidenheit. Ihre Begabung geht in eine künstlerische Kreativität. Sie strahlen Ruhe und Geborgenheit aus und befinden sich gern in netter Gesellschaft. Ihre negativen Eigenschaften sind Bequemlichkeit, Leichtgläubigkeit, Leichtsinn und sie sind leicht beeinflussbar. Allerdings überwiegend die positiven Eigenschaften. Streit und Zank wollen sie weitgehends vermeiden. Manchmal leiden sie etwas unter Melancholie. Denn nur in einem harmonischen Umfeld fühlen sie sich wohl. In ihren Entscheidungen sind sie leider sehr oft unentschlossen und dadurch leidet ihr Durchsetzungsvermögen. Mit Diplomatie und Klugheit können sie dies sehr gut ergänzen. Mit einer guten Beobachtungsgabe zeichnen sie sich allerdings aus. Sie leben nach dem Motto Leben und Leben lassen. Ihr herrschender Planet ist die Venus. Vagefrauen sind überdurchschnittlich hübsch und damit kokettieren sie auch. Sie können kleinlich werden, wenn es mal nicht so nach ihrem Kopf geht. Und sie mögen es überhaupt nicht, wenn man sie hetzt. In Kleinigkeiten entwickeln sie sich oft in Perfektionismus. Nicht immer interessieren sie sich für einen oder ihren Mann. Aber sie wollen bewundert werden. Vagemänner, sie streben nach Harmonie und Gleichgewicht. Im Leben befinden sie sich wie auf einer Schaukel. Hin und her. Als Partner können sie sich zurücklehnen und sich verwöhnen lassen. Denn die Bedürfnisse seiner Partnerin stehen bei ihnen an erster Stelle. Das waren die Eigenschaften der Vage. Nun wünsche ich euch allen alles Liebe und ein gutes neues Lebensjahr. Eure Deria